Willkommen zu einem neuen Video. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid, um einer spannenden und faszinierenden Geschichte zu lauschen. Viele von euch haben bestimmt schon einmal etwas vom Bermuda-Dreieck gehört. Einige von euch vielleicht sogar schon einmal etwas vom Bridgewater-Dreieck im US-Bundesstaat Massachusetts. Aber nicht ganz so viele haben vielleicht schon vom Bennington-Dreieck gehört. Eines haben alle drei Dreiecke gemeinsam. Geschichten über UFOs, seltsame Lichterscheinungen, seltsame Geräusche, Geschichten über unheimliche Wesen und Kreaturen, die dort gesichtet worden seien und allerhand mehr Legenden und Fantastisches. Und natürlich haben alle Regionen etwas mit Menschen zu tun, die auf mysteriöse Weise spurlos verschwinden. Im heutigen Video geht es um genau einen dieser Fälle, in denen ein Mensch eben noch da war und gleich darauf nicht mehr. Um den Fall Paula Jean Welden. Aber bevor es losgeht, ein paar kurze Worte in eigener Sache, weil einige von euch danach gefragt haben. Wenn euch die Videos gefallen und ihr mich gern unterstützen möchtet, könnt ihr das nun sehr gerne tun. In der Infobox unter dem Video findet ihr vielleicht eine Möglichkeit, die euch zusagt. Vielen herzlichen Dank dafür! So, und nun entführe ich euch nach Neuengland, an der Ostküste der Vereinigten Staaten, in den wunderschönen Bundesstaat Vermont, einem der wohl schönsten Reiseziele Nordamerikas. Vermont ist für seine gehobene Küche und seine natürliche Waldlandschaft berühmt und nicht nur bei der High Society sehr beliebt. Besonders von Ende September bis Mitte Oktober zieht Vermont Touristen aus aller Welt an, die hier den berühmten Indian Summer erleben möchten. Einfach traumhaft! Dieses ländliche Idyll ist geradezu geschaffen zum Wandern, Skilaufen, Radeln. Hier gibt es spektakuläre Ausblicke, Berge und grüne Wiesen. Nicht einmal Werbeplakate oder Werbetafeln stören hier, denn in Vermont sind sie verboten. Vermont war auch der erste Bundesstaat, der die Sklaverei 1777 per Gesetz verbot. 80% der Staatsfläche sind von Laubwäldern bedeckt. Der überwiegende Teil davon sind Ahornbäume. Ganz im Südwesten dieses schönen Staates liegt der riesige Green Mountain National Forest. In diesem riesigen Waldgebiet von rund 400.000 Hektar beziehungsweise 4.000 Quadratkilometern kann man wandern, paddeln, campen, angeln, jagen, Skifahren und Schneeschuhwandern, was auch immer das ist. Und hier leben natürlich auch eine Menge Tiere, wie zum Beispiel Biber, Elche, Kojoten, Schwarzbären, Hirsche und wilde Truthähne. Teil der Green Mountains Gebirgskette ist auch der sagenumwobene Berg Glastonbury Mountain. Glastonbury Mountain, auch bekannt als Green Mountain oder Green Mountain Range, ist die Heimat einiger sehr seltsamer Vorgänge. Ursprünglich gehörte das Gebiet rund um den Glastonbury Mountain, dem Indianerstamm der Abenaki, die das Gebiet bereits 8.500 vor Christus bewohnten. Die Abenaki mieden diesen Berg, ja sie ignorierten ihn größtenteils. Auf dem Gipfel dieses Berges soll ihr Gott Tabaldak leben. Der Schöpfer von allem. Bis auf einen. Und am Fuße dieses Berges legten sie einen Friedhof an. In diesem Gebiet gibt es vier verschiedene Windströme. Diese vier wechselnden Winde auf dem Berg und ihr Glaube an Kreaturen, die in den Wäldern um den Glastonbury Mountain herum leben sollen, ja gar an einen menschenverschlingenden Felsen, ließen die Abenaki einen großen Bogen um diesen Berg machen. Ihren Überlieferungen nach ist dieses Gebiet verflucht. Das Waldgebiet um diesen Glastonbury Mountain herum umfasst die Städte Bennington, Woodford und Shaftesbury sowie die heutigen Geisterstädte Somerset und Glastonbury und trägt heute den Namen Bennington Triangle bzw. Bennington Dreieck. Diesen Namen hat dieses Gebiet 1992 von Joseph A. Zitrow erhalten, einem Romanautor und Radiokommentator aus Vermont, der sich der Geschichte und Folklore verschrieben hat und die okkulten, paranormalen und nicht erklärbaren Ereignisse seiner Heimat eingehend untersucht und dokumentiert. Joseph A. Zitrow sah nämlich viele Ähnlichkeiten zwischen dem Gebiet rund um den Glastonbury Mountain und dem Bridgewater-Dreieck im Nachbarstaat Massachusetts, von dem vielleicht einige von euch schon gehört haben. Für diejenigen, die noch nicht vom Bridgewater-Dreieck gehört haben, es ist ein Gebiet von ungefähr 200 Quadratmeilen, rund 518.000 Quadratkilometern im Südosten von Massachusetts, das seit Jahrzehnten für paranormale Aktivitäten bekannt ist. Das Übliche. Ufos, Lichtkugeln, Viehverstümmelungen, Donnervögel und natürlich Bigfoots. Die weitläufige Wildnis des Bennington-Dreiecks ist Schauplatz vieler Legenden, aber auch tatsächlich stattgefundener Morde. Im Jahr 1892 schlug ein Sägewerksarbeiter einem seiner Kollegen mit einem Stein den Schädel ein, nachdem er Stimmen gehört hatte, die ihn dazu aufforderten. Er wurde in eine Anstalt eingewiesen, konnte aber fliehen und verschwinden. Nur fünf Jahre nach diesem Mord folgte 1897 ein weiteres merkwürdiges Verbrechen ganz in der Nähe. John Haber war ein prominenter Bürger von Woodford, der zur Jagd südlich vom Glastonbury Mountain gegangen war. Er wurde von Fremden erschossen. Seine vollgeladene Waffe lag neben ihm und erschien noch mehrere Meter weit geschleift worden zu sein. Dieser Mord konnte nie aufgeklärt werden und wird es wohl auch nicht mehr. Und auch mit Monstern kann diese Gegend dienen, mit dem sogenannten Bennington-Monster. Über einen Meter 80 groß und von oben bis unten behaart. Die erste Sichtung soll Anfang des 19. Jahrhunderts stattgefunden haben, als es wie aus dem Nichts vor einer Postkutsche auftauchte und sie zum Umkippen brachte. Und 1943 verschwand ein erfahrener Jäger namens Carol Herrick während eines Jagdausflugs. Seine Leiche wurde drei Tage später entdeckt, umgeben von riesigen, mysteriösen Fußabdrücken. Er war zu Tode gequetscht worden. Für manche jedoch ist das Bennington-Dreieck der absolute Inbegriff des Bermuda-Dreiecks von Vermont. Denn das Gebiet ist auch der Schauplatz mehrerer ungeklärter Vermisstenfälle. Allein zwischen 1945 und 1950 verschwanden in dieser Gegend fünf Menschen. Nur einer dieser Menschen tauchte später wieder auf. Aber leider nicht mehr lebend. Die Vermisstenfälle von Middy Rivers, Paula Welden, James Tedford, Paul Jepsen und Frieda Langer sind heute so etwas wie lokale Legenden in der Gegend. Und von einer dieser Legenden möchte ich euch heute erzählen. Das mysteriöse Verschwinden von Paula Jean Welden Ihr Verschwinden 1946 führte im Jahre 1947 sogar zur Gründung der Vermont State Police. Paula Jean Welden wurde am 19. Oktober 1928 in Connecticut geboren. Sie war die älteste von vier Töchtern. Ihr Vater war ein bekannter Wirtschaftsingenieur, Architekt und Designer von Haushaltsutensilien, wie zum Beispiel Teekessel und Cocktailshaker. Paula Jean schloss 1945 die High School in Connecticut ab und wechselte auf das Bennington College in Vermont. Dieses College bietet eine weiterführende Ausbildung für künstlerische Berufe. Viele Dozenten sind selbst berühmte Schriftsteller, Bildhauer oder Maler. Paula Jean war hübsch und klug und sehr vielseitig interessiert. Sie ging gern schwimmen und spielte gern Gitarre. Außerdem war sie sehr im Zeichnen begabt und begeisterte sich für Wasserfarben, Ölfarben, Bleistift und Kohleskizzen. Sie hatte einem Wandmaler assistiert und auch selbst schon Schwarz-Weiß-Illustrationen angefertigt. Das war der Grund, warum sie Kunst im Hauptfach studierte. Nach einiger Zeit war sie mit dieser Entscheidung aber nicht mehr ganz so glücklich und überlegte angeblich, ihr Hauptfach zu wechseln. Weit weg von zu Hause und mit vielen neuen Freunden vom College entdeckte sie den Square Dance, die Botanik und das Wandern für sich. Außerdem arbeitete sie auch noch neben dem Studium in der College Mensa abwechselnd in zwei Schichten, der Frühstücks- und der Mittagsschicht. Der 1. Dezember 1946 begann für die 18-jährige Kunststudentin wie jeder andere Tag in Bennington. Als sie mit ihrer Mittagsschicht im Speisesaal fertig war, kehrte sie auf ihr Zimmer zurück und traf dort auf ihre Mitbewohnerin Elizabeth Johnson. Nach einer Weile meinte sie zu dieser, sie wolle einen langen Spaziergang auf dem Long Trail machen, ob sie nicht Lust hätte mitzukommen. Ihre Freundin hatte keine Zeit, sie musste lernen. Auch andere Kommilitonen, die Paula fragte, konnten nicht oder hatten keine Lust. So entschied sie sich, einfach allein wandern zu gehen. Der Long Trail ist ein 438 Kilometer langer Wanderweg durch Vermont, der über den Gipfel des Glastonbury Mountain führt. Auf dem Gipfel des Berges befindet sich ein Aussichtsturm. Neben dem Long Trail gibt es noch zwei andere ausgewiesene Wanderwege in dieser Region, den Appalachian Trail und den Robert Frost National Recreation Trail. Sie wollte an diesem Tag aber das erste Mal den Long Trail hinaufwandern. Als sie gegen 14.30 Uhr das College-Gelände verließ, trug sie blaue Jeans, weiße Turnschuhe mit dicker Sohle, eine goldene Damenarmbanduhr mit einem schmalen schwarzen Band und eine leuchtend rote Jacke mit Pelzkragen. Sonst nahm sie nichts mit, keine Tasche und auch kein Geld. Sie ließ auch einen uneingelösten Scheck ihrer Eltern in ihrem Zimmer zurück. Nichts deutete darauf hin, dass sie vorhatte, länger vorzubleiben. Abgesehen davon würde es ja schon in ein paar Stunden wieder dunkel werden. Man ging also davon aus, dass sie nicht geplant hatte, eine wirklich lange Wanderung zu unternehmen. Der November war noch warm und an diesem Sonntagnachmittag war es sonnig und die Temperatur lag bei ungefähr 9 Grad plus. Als sie nun das Gelände gegen 14.30 Uhr verließ, wurde sie von einigen ihrer Mitstudenten gesehen. Sie wurde auch gesehen, als sie per Anhalter zum Long Trail in der Nähe von Bigford Hollow fuhr. Dass sie definitiv den Long Trail erreichte, bestätigte später ein älteres Ehepaar, dass eine ganze Weile knapp 100 Schritte hinter Paula Jean in die gleiche Richtung unterwegs war. Die beiden sagten aus, dass sie auf diesem Weg um eine Ecke bog und als sie dieselbe Ecke erreichten, war sie verschwunden. Einfach so. Das muss kurz nach 16 Uhr gewesen sein, denn sie sagten auch, dass es schon leicht dämmerte. Und Sonnenuntergang war an diesem 1. Dezember 1946 um 16.20 Uhr. Danach war und blieb Paula Jean Welden verschwunden. Die Wetteraufzeichnungen dieser Tage besagen, dass nach 23 Uhr an diesem Abend eine Kaltfront durch dieses Gebiet zog und die Temperaturen in dieser Nacht auf minus 12 Grad sanken. Und nach einem sonnigen und doch noch relativ warmem Tag mit um die 10 Grad plus setzte auch in genau dieser Nacht der Schnee ein. Wenn Paula Jean dazu in der Lage gewesen wäre, wäre sie nicht umgekehrt, als es dunkel wurde und es später sogar noch kälter wurde. Es war ein Gebiet, in dem sie sich nicht auskannte. Sie kann sich leicht verschätzt haben. Ich jedenfalls wäre schon bei den ersten Anzeichen von Dunkelheit direkt wieder umgekehrt, gerade weil ich mich dort nicht auskenne. und naja, weil ich ein kleiner Angsthase bin. Paula Jean war jung und unerfahren, aber wäre es nicht trotzdem das naheliegendste gewesen? Sonntagabend machte sich noch niemand groß Gedanken. Man vermutete, dass sie vielleicht nach ihrem Spaziergang in die Bibliothek gegangen wäre. Aber als sie am Montag nicht zum Unterricht erschien, schrillten alle Alarmglocken. Die Schulleitung wurde informiert und ihre Eltern angerufen, ob sie vielleicht spontan zu ihnen nach Connecticut gefahren wäre. Natürlich war sie das nicht. Berichten zufolge brach Paula Jeans Mutter zusammen, als sie hörte, dass ihre Tochter vermisst wurde. Ihr Vater William Archibald Welden fuhr noch am selben Tag von Connecticut nach Vermont, um nach seiner Tochter zu suchen. Studenten, Einheimische und Freiwillige aus Bennington und den Nachbarorten halfen sofort bei der Suche. Fotos von Paula Jean wurden in Umlauf gebracht und noch am Montagabend wurde über ihr Verschwinden in den Abendnachrichten berichtet. 1946 gab es in Vermont noch keine staatliche Polizei, nur lokale Sheriffs. Der Gouverneur forderte Polizisten aus New York und Massachusetts an, um bei der Suche zu helfen. Daraufhin wurde eine umfangreiche Suchaktion durchgeführt, an der mehr als 1.000 Personen teilnahmen. Es wurden Flugzeuge eingesetzt und natürlich Hunde. Sogar das FBI wurde hinzugezogen und es wurde eine Belohnung in Höhe von 5.000 Dollar in Aussicht gestellt für Hinweise zu ihrem Verbleib. Das ist immens. Heute wären das ungefähr umgerechnet 70.000 Euro. Aber es gab einfach keine einzige Spur von diesem 1,65 Meter großen und 55 Kilogramm leichten blonden Mädchens. Ihre unglückliche Wanderung wurde zum spannendsten Fall im Bennington-Dreieck, vielleicht weil sie ein so junges und schönes Mädchen aus einer prominenten Familie in Connecticut war. In mehreren Zeitungsartikeln über diesen Fall wurde immer wieder hervorgehoben, dass es zu dieser Zeit keine professionelle Polizei gab und die Suche zumindest in den ersten Tagen von einer höchst unorganisierten Gruppe von Freiwilligen durchgeführt wurde. Aufgrund dieser sehr negativen Medienberichterstattung über die angeblich so chaotische Suche wurde 1947 die Vermont State Police gegründet, damit so etwas nie wieder vorkommt. Und bis heute ist sie für alle Such- und Rettungsaktionen in der Wildnis von Vermont zuständig. All diese Bemühungen waren jedoch vergeblich. Tage und Wochen vergingen, ohne eine Spur von Paula Jean. Es gab ein paar Leute, die glaubten, sie gesehen zu haben. So sagte eine Kellnerin aus Fall River in Massachusetts zum Beispiel aus, sie bedient zu haben. Sie habe aufgeregt gewirkt und sei in Begleitung eines Mannes gewesen. Diese Spur kam ihrem Vater sehr vielversprechend vor und er fuhr sofort nach Fall River, ohne das irgendjemandem mitzuteilen. Er blieb 36 Stunden lang fort, was manche Leute auch wieder sehr merkwürdig fanden und zugleich den eigenen Vater verdächtigten, selbst etwas mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun zu haben. Ja, ja, Zeiten ändern sich Menschen nie. Angeheizt wurde dieses Gerücht leider auch noch dadurch, dass herauskam, dass sich Vater und Tochter angeblich gestritten hatten und sie eine Woche zuvor zu Thanksgiving nicht nach Hause zu ihrer Familie gefahren war. Und dadurch, dass ihre Mitbewohnerin Elizabeth Johnson später gesagt haben soll, dass Paula Jean ein wenig deprimiert gewirkt haben soll in den Tagen vor ihrem Verschwinden. Wie dem auch sei, man weiß nicht, was man von diesen Berichten glauben soll bzw. wie viel Gewicht man ihnen geben sollte. Oft wird einfach viel zu viel in etwas hinein interpretiert, was am Ende gar keine Rolle gespielt hat. Auch ihr Vater sprach von einem jungen Mann aus ihrer alten Heimat Connecticut, den sich die Beamten einmal näher anschauen sollten. Andere wiederum behaupteten, von einem jungen Mann aus Kanada zu wissen, zu dem sie hätte Kontakt gehabt und zu dem sie hätte ausreisen können oder wollen. Ihr Vater stützte sich auf die Theorie, dass eventuell ein Mann hinter der Sache stecken könnte, auch durch die Aussagen eines Wahrsagers, der eben genau dies behauptete. Er sagte, sie wäre bei einem Mann. Nun ja. Auf jeden Fall konnte nie auch nur irgendetwas von alledem belegt oder bewiesen werden. Und vor allem brachte es niemanden der Lösung näher, wo Paula Jean denn nun war. Tatsache ist und bleibt nur diese. Sie ging auf dem Long Trail wandern, wurde dort das letzte Mal lebend gesehen und verschwand, als sie um eine Ecke bog, innerhalb weniger Minuten, so, als wäre sie nie da gewesen. Am 15. Dezember 1946 wurde die Suchaktion eingestellt. Der Winter war nun gnadenlos in dieses Gebiet eingefallen und der Schnee, die Winde und die Kälte machten jede weitere Suche unmöglich. Paula Jeans Vater packte die Sachen seiner Tochter und verließ Vermont. Er kehrte noch einmal im darauffolgenden Frühjahr zurück. Aber auch diesmal fand man leider nichts. Mit der Zeit wurde der Fall von Paula Jean kalt. Ohne stichhaltige Beweise für ein Verbrechen, ohne Leiche und ohne forensische Hinweise waren die Ermittler am Ende ihrer Ermittlungen angelangt. Nur einmal flammte der Fall noch einmal auf, als 1955, neun Jahre später, ein Einheimischer mindestens zweimal vor Freunden damit prallte, dass er wisse, wo Paulas Leiche begraben sei. Leider war dieser Mann ein Aufschneider und Wichtigtuer, der rein gar nichts wusste und rein gar nichts zum Fall beitragen konnte. Ich denke, man muss nicht extra erwähnen, dass im Laufe der nachfolgenden Jahrzehnte immer wieder Hobbydetektive und andere mutige Waldläufer und Abenteurer die Gegend rund um den Long Trail abgesucht haben, durchforstet haben. Bis heute haben aber auch sie nicht einen Knochen oder ein Kleidungsstück oder sonst etwas gefunden, was auf den Verbleib von Paula Jean Welden hindeuten könnte. Wie schon gesagt, vielleicht ist ihr mysteriöses Verschwinden das bekannteste, aber es ist bei weitem nicht das einzige. Zwischen 1945 und 1950 verschwanden hier fünf Menschen. Aber bis heute sollen in dieser Gegend bis zu 40 Menschen spurlos verschwunden sein. Je weniger bekannt ist und je weniger Spuren es gibt, umso seltsamer natürlich die Theorien und Spekulationen. Menschen verschlingende Felsen und Löcher, UFO-Entführungen, Parallelwelten und Tore zur Anderswelt. Denn Ähnlichkeiten bestehen in allen beziehungsweise in einigen dieser seltsamen Geschehnisse. Menschen verschwinden von einer Sekunde auf die nächste. Zumindest bei mindestens drei dieser Fälle spielt die rote Kleidung eine Rolle. Man sagt, wenn man dort wandern geht, sollte man nichts Rotes tragen. Außerdem verschwanden diese Menschen, soweit bekannt, jedes Mal zwischen 15 und 17 Uhr am Nachmittag. Jedes Mal gab es kurz nach dem Verschwinden einen Wetterumschwung. Der Wind drehte sich, die Temperatur sank und es fiel Regen oder Schnee. Bis auf eine dieser vermissten Personen wurde keine einzige jemals wieder gefunden. Nicht ein Stück von ihnen. Neuere Berichte aus eher moderneren Zeiten schildern Vorfälle, bei denen innerhalb weniger Sekunden oder Minuten ganze Stunden vergehen beziehungsweise verloren gehen. Einer dieser Berichte schildert einen Vorfall, in dem ein Mann auf der einen Seite des Glastonbury Mountain die Orientierung verlor und sich am nächsten Tag auf der anderen Seite des Berges wiederfand. Aber zurück zu Paula Jean Weldon. Was ist mit diesem jungen Mädchen geschehen? Kann es sein, dass sie sich zu weit vom Pfad entfernt hat? Dass sie vielleicht Schutz abseits des Weges suchte, um dort auf den Morgen zu warten? Dass sie dann dort an Unterkühlung starb? Auf dem Glastonbury Mountain gibt es eine gefährliche Tierwelt. Aber Angriffe von Tieren hinterlassen für gewöhnlich auch viele Beweise. Bären schlucken im Allgemeinen keine ganzen Personen. Auch die Theorie eines Serienmörders gibt es natürlich. Aber es wäre schon sehr riskant, zuzuschlagen, wenn andere Menschen in Sicht oder Hörweite sind. Und es gibt keine Berichte darüber, dass kurz vor einem dieser Verschwinden oder während eines dieser Verschwinden Schreie oder Ähnliches gehört wurden. Andere machen einen indianischen Fluch oder das Paranormale verantwortlich und behaupten, der Ort sei ein Fenster zum Unerklärlichen und erklären diese Vorkommnisse mit der besonderen und dunklen Natur dieses Berges. Was denkt ihr? Geht am Glastonbury Mountain etwas Seltsames vor? Oder sind all diese Geschichten und Legenden, die sich um das Bennington 3 erkranken, nichts weiter als Geschichten und Legenden? Und für all das Geschehene gibt es logische und vollkommen rationale Erklärungen? Aber wie dem auch sei, Geschichten und Legenden sind wichtig. Sie halten die Erinnerung an die Vermissten lebendig und sorgen dafür, dass man sie nicht vergisst und ihrer gedenkt, gerade weil es keinen anderen Ort gibt, an dem man dies tun kann, außer in unseren Gedanken.